Im Stress, Nachrichten und im Alltag verlieren wir uns schnell und die Zeit fliegt nur so davon. Es gibt jedoch Dinge, an die wir uns immer wieder erinnern sollten. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zeit läuft zu schnell. Ich versuche mir nicht die Frage zu stellen, was passiert, wenn ich sterbe, sondern ich stelle mir die Frage, was tue ich heute. Das Leben findet nur jetzt statt und diese Zeit gilt es mit Leidenschaft zu füllen. Leidenschaft finden wir nicht in Dingen. Leidenschaft finden wir auch nicht in Geld. Leidenschaft finden wir nur in dem, was wir tun. Also ein kurzer Reminder an mich selbst und auch an dich. Verbring die Zeit mit Dingen, die du liebst. Und verbring die Zeit mit Dingen, für die du Leidenschaft hast. Und verbring die Zeit mit den Dingen, die dir gut tun und weniger mit den Dingen, die dir Energie rauben. Und verbring die Zeit mit denen, die du Leidenschaft hast. Und verbring die Zeit mit denen, die du Leidenschaft hast.